Der Sexpakt. Tja, als ich die Vorschau hierzu das erste Mal sah, musste ich an den Film Hände weg von meiner Tochter denken. Der ist mit Tony Danza aus Wer ist hier der Boss? Und der Film ist irgendwann aus den 80er Jahren. Und da geht es eben um einen Vater, der es nicht erträgt, dass seine Tochter mit Jungs ausgeht. Und er versucht halt alle möglichen Leute, insbesondere den jungen Matthew Perry, von seiner Liebsten fernzuhalten. Und irgendwie hat man es geschafft aus dieser damals schon altbackenen Idee jetzt nochmal einen richtigen Kinofilm zu bringen. Aber in der heutigen Zeit fällt sowas natürlich ein wenig anders aus. Wobei, gerade da liegt mein großes Problem mit dem Titel, er tanzt auf einem ganz merkwürdigen schmalen Grat zwischen frivol und spießig. Worum geht's? Wir haben drei junge Mädels, die könnte ich mir jetzt versuchen zu merken, aber weder die Darsteller noch die Rollennamen waren so besonders einprägsam. Die haben ihren großen Abschlussball und beschlossen sich an diesem Abend alle drei jeweils entjungfern zu lassen. Dummerweise tauschen sie sich darüber in einem Chat aus und den können ihre Eltern durch Zufall mitlesen, weil die einen ihren Laptop angelassen hat. Das sind, ich vergesse immer den Namen des einen, Ian... Keine Ahnung. Die zweite ist Leslie Mann und der dritte ist John Cena, die natürlich nicht zulassen können, dass ihre acht so goldigen Herzchen sich entjungfern lassen und sich daraufhin an deren Fersen heften. Wenn man die Vorschau kennt, weiß man, dass es im Laufe des Ganzen zu einer Arschbier-Szene bekommt. Das heißt, John Cena trinkt bei einem Sauf-Contest Bier durch seinen Hintern, was für die Story absolut notwendig ist. Denn, wie gesagt, man hat in dieser Rahmensituation drei Mädels auf dem Weg zum Junggesellenabschied, drei Eltern, die sie verfolgen und irgendwie immer wieder die Spur verlieren und sich weiter dranhängen und Einbrüche begehen und sonstiges, um irgendwie ihren Töchtern hinterher zu steigen. Und das Ganze hat ein riesiges Problem. Die Vorschau hat es bewusst an der Stelle falsch dargestellt. Es ist nicht alles so grün wie dargestellt, denn die drei Verfolgenden sind sich einander, weiß Gott, nicht grün. Und zu jeder der Töchter gibt es auch nochmal seinen eigenen Subplot. Das heißt, hier das Elternteil hat mit der aufzuhaltenden Tochter noch irgendwas zu klären und es gibt eben noch so diverse kleine Mini-Handlungen. Und das Resultat ist einfach ein Film, der von allem was hat, aber nichts Beständiges. Denn eigentlich ist diese Idee, dass Eltern ihren Kindern nachspionieren oder so, die verhalten sich wie die letzten Arschgeigen. Und die Hauptfiguren, die drei, die sind nicht nennenswert sympathisch. Und das ist auch schon der größte Punkt. Vor allem John Cena, der spielt so einen verkniffenen Spießer. Das ist keine Figur, mit der ich mitfiebern kann oder so. Ich möchte bei so einem Film sehen, wie er auf die Fresse kriegt, weil er sich so wie ein Arschloch verhält. Die anderen beiden gehen dann auch noch in Ordnung. Die Figur Hunter, das ist eben so der geschasste Vater, der von allen abgelehnt wird. Und im Grunde ist der darauf aus, diesen Plan sogar zu verhindern. Das hat es für mich dann noch ein wenig interessanter gemacht. Ansonsten, wie gesagt, die Töchter, die sind sympathisch, aber völlig austauschbar. Und das sind jetzt so drei Darstellerinnen, wo ich nicht unbedingt damit rechne, sie in anderen Filmen groß wiederzusehen. Wenn ich mich jetzt vertue, auch nichts dagegen, aber hier haben sie mir jetzt zu keinem Zeitpunkt besonders in Erinnerung geblieben. Und ansonsten eben ist es bei Filmen wie diesen oftmals üblich, da werden alle Arten von Gags gerissen. Und wenn da hunderte Dinge abgefeuert werden, sind zwangsläufig auch ein paar Treffer dabei. Und im gesamten Film sind auch sehr wohl ein paar Dinge dabei, wo man wirklich lachen muss und Gags, die richtig gut funktionieren. Aber es ist halt auch eine Menge Durchschnitt dabei. Und der Film macht eine merkwürdige Wandlung im letzten Drittel, beziehungsweise sie ist nicht unvorhersehbar. Aber, wie gesagt, alle Hauptfiguren, also zumindest die Erwachsenen, haben mit ihren Töchtern jeweils noch was zu klären. Und natürlich kommt es so im letzten Drittel dann zu den entsprechenden Situationen, Aussprachen und wie auch immer. Und eigenartigerweise, nachdem über die Hälfte des Films durch ist mit flachem Klamauk, unsympathischen Figuren und vorhersehbaren Gags, wird es dann im letzten Drittel nicht wirklich emotional. Also der Film passiert auf so einem Gag-Level oder auf so einem Gaga-Level, dass ernsthafte Tiefe nicht zu erwarten ist. Aber insbesondere diese finalen Aussprachen oder so geraten dann stellenweise doch so emotional oder zumindest so passend, dass das letzte Stück den Film quasi doch nochmal ein wenig aus dem Abgrund, in dem er eigentlich schon links havariert ist, nochmal ein wenig raushebt. Das macht ihn zu keinem Film, den man gesehen haben muss. Es sind gute Lacher drin und als Partyfilm könnte das Ding wirklich funktionieren. Das konnten wir jetzt im Kino bemerken. Wir hatten ein paar Jugendliche neben uns sitzen und bei den hysterischen Gelächter, das wir von dort vernommen haben, konnte man schon merken, dass das Ding an der richtigen Stelle richtig funktioniert. Als Film für sich genommen halt eine Geschichte, die einerseits eine sehr spießige Story auffährt, nämlich Eltern, die die Entjungferung ihrer Kinder verhindern wollen, auf der anderen Seite dann eben so ganz spießige Figuren ins Zentrum stellt, die dann aber an manchen Stellen ganz unverblümte Sätze sagen, Ja, ja, da gucken wir mal. Ich hoffe doch, dass dein Penis in meiner Vagina landet oder so. Und wenn jetzt Zeit zum Vögeln ist, dann müssen wir jetzt hier. Also es wird irgendwie diesen ganz braven Figürchen, ganz saloppe Sätze in den Mund gelegt. Und das ist irgendwie, passt für mich irgendwie nicht so ganz. Als Partyfilm kann es funktionieren, als Komödie sind ein paar Lacher drin, als guter Film, für den man ins Kino geht, braucht das Ganze nicht. Es rettet sich für mich durch das letzte Drittel dann doch nochmal auf drei von fünf Punkten. Aber wie gesagt, besondere Tiefe oder was Besonderes sollte man hier nicht erwarten. Ein paar flache Lacher sind aber drin. Wie seht ihr das? Mochtet ihr die Vorschau? Wie findet ihr John Cena in Komödienrollen oder wie findet ihr generell diese Thematik? Das und was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo. Und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann. Ciao.